Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Mit großem Fachwissen und schnellen Reaktionszeiten punktet die Anton-Steinherr-Fahrzeugtechnik in Seinbach bei Inchenhofen. Zum Leistungsschwerpunkt gehören professionelle Reparaturen sowie Wartungen von landwirtschaftlichen Schleppern und Maschinen aller Marken. Diese werden von erfahrenen Mitarbeitern in der hauseigenen, modern ausgestatteten Werkstatt oder bei Notfällen direkt vor Ort beim Kunden durchgeführt. Dabei wird stets darauf geachtet, dass der jeweilige Schlepper so schnell wie möglich wieder betriebsbereit ist. Die Nutzung hochwertiger Ersatzteile bekannter Hersteller garantiert beste Qualität. Zudem hat man sich auf den Vertrieb von Land- und Forstechnik spezialisiert und ist Vertragspartner des Herstellers Kubota. Das 2010 gegründete Unternehmen begeistert bei allen Leistungen als zuverlässiger Partner, der seinen Kunden flexibel zur Seite steht. Anton-Steinherr-Fahrzeugtechnik – ein Top-Betrieb. Untertitelung des ZDF für funk, 2017